Ach du grüne Neuner. Du ahnst das nicht ey. Okay. Ich glaube wir werden uns hier relativ lange aufhalten. Ich beflüge das einfach. Ich glaube wir werden uns hier aufhalten. Das war's für heute. Alter, hier kriegt man aber das Geiz jetzt echt hinterhergeworfen. 15.000 wieder. Also, freut mich. So können wir uns, äh, genau, sobald wir uns die Waffen wieder erstellen können, die anderen Waffen holen. Also, oh? Ich stehe jetzt nicht gegen. Aber, das Spiel meint das so etwas sehr gut. Okay, erstmal hier ran. Ich stehe nur Wulfis. Okay. Da wird kein Geist drin sein. Okay. Doch, war drin. Das kann ich jetzt benutzen. Und weiter geht's. Und ganz neue Gegner, glaube ich. Die lässt da, von. Ich brauche Heilung. Das war aber ganz knapp. Ich habe nur noch so ein Leben. Ein Lebenspunkt hatte ich noch. Es gab mal einen Zug. Na gut, das geht nur um 10 runter, ne? Was? Machen wir. Dafür schlägt er da das andere. Vor allem, wie geschält die teilweise im Kampf noch gehen. Als so nach dem Motto, jetzt kommt es fort, jetzt kommt es im Modus. Wo kommt, weiß ich. Nicht hier. Nehmen wir jetzt erst aus euch beiden. Oh, ich lasse ich nicht zaubern. Vergesst es. Oh, ich lasse ich nicht. einmal wieder mit dem Flamsfeld öffnen. Seidenrohre. Oh, das ist gut. Die Seidenrohre ist sehr gut. Die Seidenrohre ist sehr gut. Also das stimmt, ich könnte auch einmal nochmal speichern. Also das stimmt, ich könnte auch einmal speichern. Die Seidenrohre ist sehr gut. 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 Ähm... Okay. Dann war jetzt halt die Seidenrohre. Dann war von dem Spiechern noch ein weniger. Ja. Dann war die Seidenrohre ist sehr gut. Dann war die Seidenrohre. 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 Dann können wir ihn natürlich weiter heilen. So ein Viech darf nicht zu oft kommen jetzt. Damit ist mein Vorrat... Neh, wieder kurz. Das war's für heute. Das war's für heute. ich habe noch einen raus warum steht ein bisschen bald ich höre die verzweiflung einfach ich höre sie richtig laut ja der ist aber alt den kenn ich schon den kenn ich schon aber die verzweiflung spürst du trotzdem hoffe ich aber den bringen fotos zum beispiel öfter wo ich mir auch immer denke so okay dadurch dass es öfter erzählt wird wird sich besser aber was iron manchmal auch für sachen raushaut ich denke man muss okay einfach nein so nehme ich noch ein orangen chile oder lasse bleiben da ein ananas chile ob das so gut war ich weiß es nicht ich weiß es einfach nicht ab und ab 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 Da ist der Scheiter und da ist noch eine Truhe. Noch ein Kraftschmanker. Sehr schön. Können wir damit nicht die Zugbrücke runterlassen? Na, probieren wir es mal geschwind aus. Da buft das ganze Schloss in sich zusammen. Hoffentlich kommen wir jetzt rüber. Probieren geht es, wir studieren. Wir können dort runterspringen, um schnell zurückzukommen. Könnten wir, ja. Können aber auch hoffen, dass wir noch auf neue Kämpfe... auf älter neue Kämpfe treffen. Oh, bist du zu level? Oh, nö. Oh, 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 okay. Nee. Nicht nochmal gegen das Vieh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Gegen das Vieh, ich kämpfe nicht nochmal. Sonst habe ich wirklich keine Halt-Eitems mehr für die HP. Okay. Guck mal. Ich habe jetzt zwar gerade eine Mail erhalten, aber ich glaube, das ist nicht die E-Mail, auf die ich warte. Ich erinnere das, wenn man auf eine E-Mail wartet, die einfach nicht kommt. Ich habe halt auch so irgendwie das Gefühl, dass ich sie einfach an die falsche E-Mail-Adresse geschickt habe. Naja. Wir warten. Wir warten einfach. Äh, wo konnte man runterspringen? Hier konnte man runterspringen. Ups. Aber. Ich würde gerne einmal hier noch hingehen. Und gucken. Ich glaube, da konnte man auch noch auf die andere Seite. Ja. Genau. Da konnte man auch noch auf die andere Seite. Ich bin ja zufällig richtig gegangen. Ich will aber noch einmal hier reingucken. Okay. Ich will jetzt mal hier. Das war's für mich. levy auf die bald sind alle auf 35 recht schwarze weste das kann ich ja mal verwenden ok sicher dann war das auch fertig und da sind die nächsten gegner hallo auch gebeten Das war's für heute. So, dann gucken wir einfach mal, was auf dieser Seite ist. Oh, da ist der Spinner. Hallo, du kleine süße Spinner. Aber voll auf meinem Monitor. Was hast du denn da zu suchen? Manche Spinnen, ne? Das denken wir auch so. Die wurden einfach zu sehr kuschelt. Aber warum lief nur zwei Scheißgegner auf einmal waren? Oh, das ist der Spinner. Das ist der Spinner. Und Kaboom. Nächstes. Das war's. Hör auf zu zaubern, ich will nicht. Ich will nicht, dass ihr zaubert. Dann bin ich, ich will nicht. Das war's. Ich hab dich, ich will nicht. Aber es ist da, ich will nicht. Jetzt bin ich, ich will nicht. Und ich will nicht, ich will nicht. Es ist ein Problem. Das war's für heute. rote camille sonst ist hier nichts dran für rote camille habe ich den ganzen mitgemacht da kommt doch nicht was sag ja ihr habt nur gesagt da kommt gleich was hat zum glück nur monster keine menschlichen gegner so ja 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 Das war's für heute. Ah, das geht's noch auf 4, no. mich einfach mal an dem vorbeischleichen. Wäre das nicht mal eine Option. Wir wollten ja leveln. Ja komm, auf diese EKF-D. Ah, krampft. Ja Moment, wenn es einen am Rücken juckt, aber niemand hat da einen Kratzen. Es gibt doch gerade. Ekelhaft. Und dann geht's es mit der Schraub. Die Schraub. Wärme, die Schraub. Sie können nur die Schraub. Die Schraub. Ich bin ein Rücken. Die Schraub. Sie können nur die Schraub. Die Schraub. Die Schraub. Die Schraub. Die Schraub. Die Schraub. Das war's für heute. Okay. Ja, ich will auch schon wieder machen. Ich hab's, glaub ich, auch schon gesehen. Ich hab's sie mir funktioniert. Ich hab's sie mir im Grundschiff bekommen. Ich hab's sie mir im Grundschiff wie ¿- Ich hab's sie mir gemacht. Wir sind mit. Irgendwông. Ich bin mit. Ich bin mit. Wir sind mit. Das war's für heute. Ich lasse euch jetzt einfach mal links liegen. Ich lasse euch jetzt mal. Okay, dann gehst du mal mal nach links und dann gehst du mal mal nach rechts. Okay, dann gehst du mal nach rechts und dann gehst du mal nach rechts. Okay, dann gehst du mal nach rechts. Das ist wirklich so, was ich. Ach, so grüne Nonne. Oh, einen davon habe ich jetzt wieder. Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir? Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir? Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir? Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir? Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir? Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir, was ist denn ein Omega Elixir? Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wo kann ich irgendwas verbraten hier? Hier. Und da braucht ihr nur noch eins für, ne? Was krieg ich denn dafür? Durchdringung. Okay, dann warte ich mal hier lieber die Verteidigung fertig. Hm, das ist nochmal so ein Viech. Okay. Und da wird. Okay. Okay. Ich habe gehofft, dass ich hier schon ein bisschen stärker bin. Ich weiß, dass ich das Kühlschrank schneller fett mache. Das kann so funktionieren, das leider nicht. Ah, das ist weg. Ich weiß, dass ich das Kühlschrank schneller fett mache. Ich weiß, dass ich das Kühlschrank nicht mehr fett mache. Ich weiß, dass ich das Kühlschrank nicht mehr fett mache. Ich werde nicht mehr fett machen können. Dein Licht Und dort wird das äh, warte mal heile ich jetzt einfach mal ja, warte 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 mal das heißt, wir haben jetzt beide Zugrücken unten ja, warte mal 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 ja, warte mal